ja ja also gegen den an das geht auch für sie ich mag er nicht er ist nämlich äußerst gemein und hart schwierig hast du nicht gesehen von daher schauen wir mal ja natürlich upgrade für meine truppen ist ja klar wir haben sogar ganz große pläne um genau zu sein sehr schön er ist so freundlich schaut einfangs mal vorbei danach wird leider nicht so freundlich sein also meine scharfschützen sind mir aber sowas von egal wenn wir hier nur bunker bauen ein nachschutz war gar nicht schlecht und das was eben gerade kam mit diesem komischen ding da gps störst signal damit hat er seine truppen wir brauchen eine menge mini gunner eine wirkliche menge an weniger was ist da fertig geworden das zahlen ist ja schön warum wird ein zweiter feld bauen wir das auf gleich eine zweite kasse auf so das upgrade dran herrlich herrlich müssen nämlich hier wirklich auf zack sein ansonsten hat sie ein wirklich großes problem um ehrlich zu sein so fahrvater fahr wrapa shaking und approche du nicht dann ok ihr mal daraus geht und das gebäude rein hier machen natürlich dasselbe spielchen nun mit entsprechend dienen vorerst So, die gehen jetzt da rein und dann hoffentlich zerlegen sie ihn So, weil die Graeins sich haben, die sind dann einfach besser Logisch Oh, hier rein Und er hat natürlich immer Truppen dabei in seinen blieben Fahrzeugen was mir nicht ganz so gefällt Ja, da ist einer drin und von daher uninteressant Ja, ja, ja Deine Scharfschützen Oh, stimmt, Bordturm, da war was Ich glaube, ich hatte mich auch einen in der Nähe Also sollte ich da mal rangehen in den übernehmen Das würde um einiges helfen So, du mein Freund baust mir jetzt die Fahrzeugfabrik und zwar kannst du die eigentlich recht an die Front hinsetzen Knopper Nö Bau's da hin Das ist sehr gut Freundchen, Ruhe Ich sollte allerdings ein paar MG-Soldaten auch da oben reinpacken Ah, sind ein paar drin, okay Sehr schön Die Spion ist darum, dass sie endlich eine Waffenfabrik gebaut haben Ja Können wir dann anfangen Nein Eine Propagandazentrale Bauen wir dahin Das Schlimme ist, ich muss die Basis intern auch sehr gut abkriegen Weil ansonsten Kommt er da mit anderen Sachen an Die ich nicht haben will In meiner Basis Was natürlich nicht so fein wäre Er darf da oben mal das Gebäude gleich übernehmen Du darfst übrigens da rein Und hier oben Nein, wir warten mal Wir brauchen nur ein bisschen Credits Um weitere wichtige Gebäude zu bauen Eben mal angesprochen Webzentrale wäre eigentlich Ich denke, ist vorerst interessanter Ach Ich mag es nicht Ich mag es nicht Ich mag es nicht Ach Das nenne ich doch keinen Angriff Sehr schön Dann Ne, das brauchen wir noch nicht Das brauchen wir definitiv noch nicht Wir brauchen Energie Das würde mir besser gefallen Wieso nicht So, wie sieht es aus? Traurig, düster und trocken die Lage Ne? Ähm Wow Mhm Das ist natürlich schlecht Genau, deswegen brauche ich Eigentlich Verteidigung Innerhalb meiner Basis Was denn? Wir haben noch nichts gemacht, oder? Wo soll ich mich reinhägen? Ah Der erste Hacker ist fertig Ich kann alles lernen Da Ich wollte gerade fragen Ob ich es denn aufgebaut Das nette Teil Gut Wir brauchen natürlich recht schnell Die Atomrakete Einfach Schon mal Ein bisschen Was gegen ihn Machen zu können Wo soll ich mich reinhägen? Äh Ein Hacker Noch ein Hacker Das gefällt mir eigentlich Ganz gut Nicht jetzt Vor dir habe ich Angst Sie haben keine Chance Diese Sprüche Irgendwann werden sie Ein bisschen nervig Halt Dann Wo soll ich mich reinhägen? Dreckbaut hat uns gut ausgelegt Da habe ich ihn jetzt noch drin schon Drei Okay Wie viel ist noch ein Bau? Einer Danke für die neuen Einheiten Sie werden zu ihrer Vernichtung beitragen Ah Komm Machen 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 kaputt Nein Das war mein Bunker Ähm Null Hoffe ich Wäre 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 Zumindest Sehr Nett Wenn es null wäre So Wir brauchen nur noch 5.000 Achso Was passt hier eigentlich? Ansonsten ist keiner mehr da Wo ist der Sommelpunkt? Da Okay Ne Dann ist keiner mehr da Will ich sie machen? Schwierig 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 Eigentlich Ich hätte gerne mal Zwei von Bienen Das würde mir sehr helfen Genau deswegen braucht man Verteidigung Innerhalb der Basis Sehr schön Das hat doch Denke ich Doch Ich bin noch nicht fertig Und dann sei ich aber Super geklappt Ne Was war Upgrades Ne noch nicht Ich will auch was spezielles sparen Und die Dinger hier kaputt machen Ganz wichtig Ansonsten kommt er da immer und immer und immer wieder rein So Ne ihr könnt eigentlich hier rein Und nicht nur eigentlich Ihr geht da rein So Tausend Hab ich zumindest schon mal Einen Nuklearschlein Oh 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 Supi Du jetzt hier Achtung Eine GPS Tarnvorrichtung Wurde aktiviert Die Tarnung ist meine Verpläne Echt Und ihr Untergang So was aber auch Bauen wir so was auf Echt Denken sie wirklich Dass sie alle Gebäude verteidigen Ähm Ich hoffe es sehr Okay Okay Es sieht einigermaßen Akzeptabel aus Dann hätte ich gerne mal Zwei von denen Dass wir da einfach schon mal ein bisschen Sperrfeuer Liegen können Hier oben noch so ein Teil Und ansonsten Soldaten Und Ja hier unten können wir ein paar von denen machen Ach deswegen waren die da oben Ja So Ich glaube hier noch ein MG Turm dann Allerdings erstmal ein Kraftwerk Noch an der Stelle Das wäre nicht schlecht Ja Ach Oh nein Kör auf Leute zu produzieren Shit 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 So Die müssten kaputt gehen Sehr gut Wir haben da Strom Das ist exzellent Ähm Das ist schlecht Sehr schlecht sogar Ehrlich zu sein Kommt mal darunter Ach Ich bin halt aber auch immer der Meinung Wann das meine Oder seine Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher Äh Dann machen wir das hier hin Und danach baust du mir Hier Machen wir so einen auf Sehr schön Ach ich liebe das Fahrzeug Ach ich liebe das Fahrzeug Ja ohne das Fahrzeug Wären die da hier oben Echt hässlich Ja er will sich überfahren Nein Jetzt kommt er schon wieder mit so einem So Greif an Dort oben Macht das wieder glaube ich Nein Das ist in der Basis Das ist in der Basis Okay Allerdings Müsste genau Mein MG Turm Das erledigen Okay Jetzt nochmal Zwei von denen Und ich brauche danach Auf jeden Fall Noch ein Kraftwerk Ich will Safety sein Was die Energie angeht Äh Geh du mal da ran Schlechter Abstand Schlechter Abstand Das wird knapp Aber ich weiß ja wo Der Skatsturm ist Ich hab die Mission Ja oft genug gemacht Höh Genaumals Ich bin mal gespannt Wie viele Anläufe Ich hier brauche Ich hoffe natürlich Das ist gleich Wobei Nee Fahrt nur mal hier runter Das wäre mir ein bisschen lieber So Wie sieht es denn aus Ich mach Achso Ich hab ja hier die Fahrzeuge verloren Da war ja was Da war ja Das ist dieser blöde Säureangriff Was ist das Achso Das ist der Turm Oh Lecker Ist da hinten irgendwas Interessantes eigentlich Wir haben ja nochmal kurz was gesehen Das Ding wäre nicht schlecht zu haben Aber die Frage ist natürlich die Ob ich da Hinkomme Jemals So Du machst Einen Achtung Eine GPS Tarnvorrichtung wurde aktiviert Perfekt 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 Du darfst ruhig weiter darauf hinfeuern Auf die Position Ja Und ich mein Wäre nicht schlecht Oder Außer du gehst vorher kaputt Was natürlich bedeutet Ich brauche das Nukleare schütz Schleich Oh nein Nicht da hinten Alle raus Alle raus Alle raus Nach hinten Nach hinten Nach hinten Nach hinten Nach hinten Gegner handelt Gerade Sehr schlau Und weise Ja Er Schnell 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 Also wir reparieren Gerade Ihn Schaden Gegen Das bedeutet Wir brauchen an der Stelle Auch noch einen MG-Turm Allerdings Natürlich Jetzt Als allererstes Das Ding Wegmachen Ein Krack Wäre Spitte Meinetwegen Hierhin Ein MG-Turm Hierhin Und ich könnte Zwar noch Einen zweiten Nuklearschlag Machen Aber Das ist dann Zu leicht Oder Ich hebe mir das mal Als Letzte Option Auf Wenn mal Nichts gehen sollte So Du reparierst das Gebäude Hier schnell Weiter Und gut ist Bitte ein zweites Fahrzeug Und wenn wir schon mal Dabei sind Mehr davon Und hier oben Machen wir Dasselbe Sehr schön Und wenn wir schon mal Dabei sind Ah Habe ich plötzlich 1000 Okay Kann ich mir noch Nicht leisten Perfekt So Du fährst Hier vor Sorgt Dafür Das alles Repariert Wird Hier hoch Wäre nett Und ansonsten Können wir uns schon mal In die Richtung Begeben Fast Würde ich sagen Wir sammeln mal Unsere Truppen Wir sammeln mal Unsere Truppen Für Nicht Angriff Weil der Gegner Gerade meint Ein bisschen Wieder ärgern Oh ne Hat sich Erledigt Hat sich Erledigt Sehr gut Oh wir wurden Sogen Noch mal Befürft Halt Nein Das wollte ich nicht Ich wollte das Sag Jetzt habe ich ihn aber schon ausgewählt Von daher Sollten wir Oh nein Nein Hör auf Ich habe jetzt keine Zeit dafür Sollte langen Sollte langen Und gut gehen Unsere Atomrakete Ist bereit Ähm Ok 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 Es ging gut Es ging gut Jetzt aber Zwei davon Halt stopp 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 Da aufhören 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 Das ist Das ist immer so hässlich Kann ich mal oben raus Gefahrlos Ich glaube ja Nee Komm ich raus Komm ich raus Wo willst du noch hin Verdammt 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 Was denn Was ist da So das Grüne Zeug Das blaue So Ähm Fahr davor Du eigentlich Nicht Aber Das gerne mitkommt So Vorteil Das ist Einfach Hier Auch Diese Bienen Aufdecken Das ist Da So Die Feuern Da auch Schön raus Aus dem Fahrzeug Und wenn Dann Mal Aufgebaut Das ist Unsichtbar Aber okay Kriegen Kriegen wir hin So lange So lange wir Einen mindestens Mal dabei haben Äh ja Jetzt wird es da Ruhig auch Hochgehen Truppentransporter Habe ich gehört Schon fertig Sehr schön Da holen wir uns Noch ein paar Um einfach Dann auch wieder Getarnter Sachen Zu sehen Was natürlich Sehr Vorteilhaft Ist Äh Ich sehe Da unten Probleme Auf mich Zukommen Sehr schön Gib mir mal Ach nee du Sieht aber So aus Als würde er da Nichts machen wollen Okay dann Soll mir das Egal sein Na dann Soll mir das Egal sein Aus Mitkommen Eins Langsam Nach vorne Ja genau Du Sieb Sieb Jetzt hat er Das Dreck Sieb Aufgebaut Da macht er Nichts Das ist Sehr gut Hier noch Ein paar Leute Wäre Nicht schlecht Dasselbe Irgendwo Hier So Sind hier Irgendwo Noch Gebäude Schwer Beschädigt Außer Dass ich Natürlich Hier wieder Mal Keine Ressourcen Reihung Bekommen Was Schlecht Ist Aber Okay So Die Fahrzeuge Hab ich Nicht Weiter Nach Vorn Geschickt In Ordnung Das Kann Ja 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 Baume Zwei Einer Hätte Gelangt Ich könnte Verabrechen Aber Nö So Na Langsam Nach Vorder Ganz Langsam Wir wissen Nicht Was Hier In Diesem Gebiet Noch Auf Uns Wartet Äh Ich würde Sagen Das Riecht Super Langsam Langsam Wir haben Bald Neues Upgrade Das Ist Sehr Gut Okay Da Stehen Sie Nein 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 Zurück 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 Das War Aber Heftig Hier Ihr Sollt Agieren Das Wäre Zum Vorteil Ach Grüne Neune Sehr Schön Ein neues Upgrade Wir Nehmen Den Bomben Teppich Da Stehen Seid Über All Ne Komm 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 Mein Lieber Horchposten Ich Brauch Dich Die Fahrzeuge Sind Mir Egal Die Sind Nur Opfer Mach mal Da So Sehr Schön Nein 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 Dahin 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 Äh Mach Mir Mal Hier Die Zu Fahnd In Klein Bomben Ja Sehr Schön Ein Bisschen Ruhe Wäre Jetzt Eigentlich Nicht Verkehr Das Hätte Ich Nur Noch Im heutigen Tag Eigentlich Echt Sind Meine Aber Auch Was Greift Mich Da An Ach Das Ding Da Okay Oh Ich Sehe Dass Wir Wieder Mal Ein Bisschen Spaß Haben So Ein Bisschen Ruhe Ein Bisschen Ruhe Vor Dem Sture Das Bedeutet Irgendjab Ein Haufen Credits Hier Hier Und Ein Paar Davon So Fahrt Mal Davor Ja Das Ist Mir Schon Klar Das Ist Deine Verbündete Ist Meine Ist Schlimme Ist Ja Das Ich Find Das Lustig Gut Er Kann Es Eh Nicht Aufbauen An Der Stelle Jetzt Jetzt Wird Das Aber Wissen So Mein Freund Oh Guck mal Ein Fässchen Also Das Da Oben Würde Ich Dann Gerne Mal Mit Nikle Schlag Säubern Muss Ich Auch Ehrlich Sagen Eigentlich Könnte Ich Auch Den Sammel Punkt Weil Da Vorn Liegen Hierher Zumindest Mal Okay Das war Nicht Schlecht Damit Kommt Er Schon Mal Nicht Zu Mir Letzten Endes Hierhin Und Letzten Endes Hierhin Und Ihr Fahrt Her Die Dort Unten Lass Ich Mal In Der Basis Safety First So Sehr Schön Gib Mal Die Sonne Auf Nummer Perfekt Nein Das War Falsch So Dahin So Ist Da Echt Nichts Mehr Doch Was Was Haufen Da Mach Aber Den Schleich Angriff Schlecht Werd Ihr Mal So Freundlich Pfeifen Niedeln Und Weiter 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 Ja Da Vorne Kommt Überhaupt Nicht Das Kann Er Knicken Achso Ja Ich Sehe Ja Das Klingt Da Wo Nicht Von Daher Ich War Jetzt So Schlau Den Huf Senden Aber Ihn Können Wir Ja Evakuieren Lassen Beziehungsweise Er Evakuiert Selber So Und Ich Könnte Ja Auch Anfangen Mal Schwarzes Lapan Zu Erforschen Und Ja Ein Klärgeschicht Wollen Aufwertung Haben Man Noch Nicht Haben Wir Haben Wir Haben Haben Mehr Mein Gott Okay Da Passt Das Eigentlich Ihr Lasst Euch Da Einfach So Abschlachten Ihr Macht Das Gerne So Da Kommen Leute Raus Da Muss Irgendwas Sein Von Daher Nein 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 Hör Auf Hier Unten Weiter 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 Nicht Aufhören Ich Habe Euch Zu Keinem Zeit Schon Gesagt Ihr Dürft Nicht Weitermachen Okay Der Ganze Einheit Verloren War Daraus Attackieren So Macht Das Noch Mehr Sinn Oder So Nicht Ich So Wie Sieht Es Aus Warum Dürfen Die Nicht Angreifen Hallo Hallo Was Denn Okay Ich meine Jetzt ist er auch Tot Aber Das Müsste ich Nicht so Ganz Verstehen Okay Normal Ziemlich Schonmal Keinen Erzwungenen Angriff Nach oben haben wir ein bisschen was zu sehen. Okay. Ihn schicken wir mal nach vorne. Nein, nicht ihn. Sag mal, warum greifen die bitteschön hier nichts an? Jetzt. Also komisch. Also sag mal, bin ich nicht blöd. Seltsam. Wahrscheinlich schon, ne? Okay, fahr du nach oben. Dass wir das da einigermaßen mal zu Ende bekommen. Und ihr dürft meinetwegen mal bis dahin gehen. Ja, und dann neue Minigana. Minigana bereit! Minigana bereit! Geht ja eigentlich lang genug auf die Nüsse. Okay, ein Artillerieschlag gegen was auch immer da steht. So. So. Dann. Let's do it! Mach kaputt, ne? Sehr schön. Irgendwie hatte ich es doch etwas härter in Erinnerung. Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich verwechsel es mit einer anderen Mission. Oh. Äh. Äh. Unsere Atompakete ist bereit, General. Oh, sehr schön. Da ist noch ein bisschen was da. Also, reingesiegt habe ich aber mehr gebaut, ne? Unsere Basis wird schon sehr angekroffen. Einheit. Was heißt hier Verzweiflungstaktik? Ich habe noch keine Verzweiflungstaktik hier am Start, oder? In Unternehmens.